Die Mädchen gingen die Gasse, die längs am High-Ho-Restaurant entlang führte, weiter am Grill vorbei, routiniert und zügig. Ich wandte den Blick nicht ab. Die Ältere hob den Deckel eines Müllcontainers an. Der Rotschopf bückte sich, und die Schwarzhaarige benutzte ihr Knie als Räuberleiter und hiefte sich über den Rand. Sie suchte etwas darin, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was. Ich stand auf, um meine Servietten wegzuwerfen, blieb beim Mülleimer stehen und sah den Dreien weiter zu. Die Schwarzhaarige reichte den anderen Sachen aus dem Müllcontainer. Eine Tüte Brot, die Verpackung noch unbeschädigt, ein anemisch aussehender Kohlkopf, an dem sie schnupperten und den sie wieder hineinwarfen. Ein scheinbar eingespieltes Verfahren. Würden sie die Sachen wirklich essen? Als die Schwarzhaarige zum letzten Mal auftauchte, über den Rand kletterte und sich auf dem Boden schwang, hielt sie etwas in der Hand. Es hatte eine seltsame Form und die Farbe meiner eigenen Haut. Als mir klar wurde, dass es sich um ein rohes Huhn in glänzender Plastikfolie handelte, muss ich wohl noch größere Augen gemacht haben, denn die Schwarzhaarige fing im Umdrehen meinem Blick auf. Sie lächelte und mein Herz machte einen Sprung. Irgendetwas schien sich zwischen uns zu ereignen. Eine subtile Umschichtung der Luft? Die freimütige, unverfrorene Art, wie sie meinem Blick standhielt? Aber sie war sofort wieder bei der Sache, als die Fliegentür des Restaurants aufsprang. Heraus kam bereits brüllend ein korpulenter Mann. Scheuchte sie wie Hunde. Die Mädchen packten die Brottüte und das Huhn und rannten davon. Der Mann blieb stehen und schaute ihnen noch einen Moment nach. Wischte sich die großen Hände an seiner Schürze. Seine Brust hob und senkte sich vor Anstrengung. Inzwischen waren die Mädchen schon eine Straße weiter. Ihre Haare wehten ihnen wie Flaggen hinterher. Und ein schwarzer Schulbus schlingerte vorbei, bremste ab, und die drei verschwanden darin. Ihr Anblick, das schauerlich Fötusartige des Huhns, die einzelne Kirsche der Brustwarze des Mädchens, das alles war so knallig, und vielleicht lag es daran, dass ich unentwegt an sie denken musste. Ich konnte es mir einfach nicht zusammenreimen, warum diese Mädchen Essen aus dem Müllcontainer brauchten. Wer den Bus gefahren hatte, was für Leute ihn in dieser Farbe lackieren würden. Ich hatte gesehen, dass sie einander viel bedeuteten, die Mädchen, dass sie eine familiäre Übereinkunft eingegangen waren. Sie waren sich dessen, was sie zusammen waren, sicher. Die lange Nacht, die vor mir lag, dass meine Mutter mit Sarah ausgegangen war, erschien mir mit einem Mal unerträglich. So unerträglich.